Die Freie Union ist eine deutsche Kleinpartei, deren Gründung am 21. Juni 2009 von der ehemaligen CSU und Freie Wählerpolitikerin Gabriele Pauli initiiert wurde. Auf dem Gründungsparteitag am 21. Juni 2009 in München wurde Pauli mit 144 von 155 Stimmen zur Bundesvorsitzenden gewählt. Am gleichen Tag hat sich in Bayern ein Landesverband gegründet und die Landesliste Bayern für die Bundestagswahl aufgestellt. In den folgenden Wochen wurden in allen weiteren Bundesländern ebenfalls Landesverbände gegründet. Inhaltliches Profil Die Freie Union sieht sich laut Programm als Bürgerbewegung, die alle Strukturen des Staates hinterfragen und laut Pauli mit dem Egoismus und dem Machtdenken in den etablierten Parteien Schluss machen, wolle. Unter anderem fordert die Partei direkt Wahlen des Bundeskanzlers und dem Ministerpräsidenten und ein bundesweites Referendum über das Grundgesetz. Weitere Forderungen sind eine Vereinfachung des Steuersystems in drei Stufen und ein bundesweit einheitliches Bildungssystem. Beteiligung an Wahlen Zur Bundestagswahl 2009 reichte die Parteilandeslisten in zwölf Ländern ein. Er reichte aber nur in Bayern die notwendige Anzahl an Unterstützerunterschriften. In der Sitzung des Bundeswahlausschusses am 17. Juli 2009 in Berlin wurde der Freien Union die Parteeigenschaft zugesprochen. Aufgrund eines Formfehlers die Parteivorsitzende Pauli hatte die Mitschrift der entsprechenden Mitgliederversammlung nicht unterschrieben, wurde die Liste in Bayern nicht zugelassen. Eine Beschwerde beim Bundeswahlausschuss gegen die Nichtzulassung wurde abgewiesen und eine beim Bundesverfassungsgericht eingelegte. Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen. Die Partei konnte daher nur mit fünf bayerischen und einem brandenburgischen Direktkandidaten zur Bundestagswahl antreten. Die Kandidaten erreichten zusammen 6.121 Erststimmen. Zur Landtagswahl in Brandenburg 2009 am 27. September 2009 trat die Freie Union ebenfalls nur mit Direktkandidaten an und erreichte 150 Stimmen. Erstmals in ihrer Geschichte gelang es der Partei zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2010 ausreichend Unterschriften zu sammeln, um mit einer Landesliste antreten zu dürfen. Sie erreichte dabei 0,02 Prozent der Zweitstimmen. Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2011 trat die Freie Union lediglich mit einem Direktkandidaten im Bezirk Marzahn-Hellersdorf an und erreichte dabei 71 Stimmen. Bei der Landtagswahl im Saarland verfehlte die Freie Union die nötige Anzahl der Unterstützungsunterschriften. An der vorgezogenen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 13. Mai 2012 nahm die Partei entgegen ihrer ursprünglichen Ankündigung nicht teil. Da die gesetzliche Vorgabe, Neuwahlen spätestens 60 Tage nach dem Ende der bisherigen Regierung durchzuführen, ihr nicht die Zeit ließ, die notwendigen Unterstützungsunterschriften zu sammeln. Am 12. Januar 2015 gab der Nordrhein-Westfälische Landesverband der Partei die Kandidatur eines Mitglieds bei den im September anstehenden Wahlen zum Bürgermeister der Stadt Kastrop-Rauxel bekannt. Damit tritt die Partei erstmals seit 2011 wieder bei einer Wahl an. Innerparteiliche Konflikte und Abspaltungen In einem Brief an den damaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière bezeichneten die damaligen Mitglieder des Bundesvorstands Josef Brunner, Peter Frühwald, Daniel Schreiner und Heike Seise die Freie Union als verfassungsfeindliche Partei und forderten ihr Verbot. Nachdem Brunner und Frühwald sich im November kritisch über die Parteivorsitzende äußerten, wurden auf einer Bundesvorstandssitzung am 28. November 2009 neue kommissarische Mitglieder des Bundesvorstandes gewählt. Mitte Juli 2009 wurden Sabrina Olsen und Michael May ihrer Ämtern enthoben. Sabrina Olsen gründete daraufhin die Partei Aufbruch 21 die Freiheitlichen, deren Bundesvorsitzende sie zunächst war. Am 20. Dezember 2009 gründeten die ehemaligen Vorstandsmitglieder Peter Frühwald, Daniel Schreiner und Heike Seise eine weitere neue Partei mit dem Namen Allianz für Bürgerrechte, AFB. Am 27. Mai 2010 trat Gabriele Pauli aufgrund interner Meinungsverschiedenheiten als Bundesvorsitzende der Freien Union zurück und verließ wenige Tage später die Partei. Am 30. Juni 2010 löste sich der Landesverband Hessen auf Beschluss einer Landesmitgliederversammlung auf. Inzwischen ist er laut Website der Partei jedoch wieder existent, ohne dass dort irgendwelche Inhalte angezeigt werden. Am 26. Oktober 2014 konstituierte sich der bis dahin in Aktileif Landesverband Nordrhein-Westfalen auf einer ordentlichen Landesmitgliederversammlung neu. Zum Landesvorsitzenden wurde der ehemalige Sprecher der Piratenpartei Castro Brauxel, Jörg Berg, gewählt. Berg legte am 3. Februar 2015 aus beruflichen Gründen sein Amt als Landesvorsitzender der Partei nieder. Seitdem führt der erste stellvertretende Landesvorsitzende Mario Rommel die Landespartei.